Heute nehmen wir euch wieder mit hinter die Kulissen. Für die Folge Seefest mit Feuerwerk mussten wir eine einladende See- und Uferlandschaft aufbauen, mit Kiosk und Karussell. Während wir hier gemütlich sitzen, verändert sich alles um uns herum. Schaut zu! Jetzt ist alles bereit. Und das Fest kann losgehen. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, beim Karussell fahren, Boot fahren und beim Feuerwerk, dann schaut euch doch auf unserem Kanal die ganze Folge an. Wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. Tschüss!